Bin ich in ner Studentenbude? Äh, ja. Ja, hallo, da bin ich schon wieder. Ich hab Geburtstag und ich hab nochmal Pakete von Micha bekommen, von Micha blockt. Schau mal im Vorhinein, vielen, vielen Dank. Äh, dann machen wir jetzt einen Nachklapp, wie man das so schön sagt. Aber natürlich erstmal einen Schluck. So, dann schauen wir doch mal da rein, was der Micha uns da geschickt hat. Aber, wie immer, nehm ich das jetzt mal hier runter. Ei, 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 ei. So. Ha, ha, ha. Das wird spannend. Aber auch nicht. Was haben wir? Es gibt wieder etwas zu essen. Leute, das ist jetzt aber mal was ganz schweres und feines. Wir haben hier Mikrowellenessen von Maggi. Das machen wir doch direkt mal hier auf. Wir müssen doch direkt mal wissen, was haben wir denn feines. Ah. Mein Gott. Iiiiih. Äh. Äh. Guckt euch das mal an. Äh. Das ist ja schon kaputt. Äh. 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 So, erstmal in der Küche gewesen. Wir wollen uns doch hier unseren edlen Tisch nicht versauen. Äh. Da hat das Transportunternehmen geschlampt. Genau. Das ist aufgebrochen. Das ist schon kaputt. Das sieht noch heil aus. Das muss ich nur abwischen. Das ist der Currywursttopf. So. Wollen wir erstmal gucken, ob da noch mehrere Töpfe kaputt sind. Der sieht aber heil aus. Da ist nur der Ranz dran. Von dem der kaputt gegangen ist. Das sieht wirklich aus, als wenn da jetzt einen Hund reingeschissen hätte. Ja. Der ist gut. Aber wir machen das jetzt hier mal wirklich sauber. So. Einmal. Hier ist alles heil. Zweimal. Dreimal. Viermal. Und ich bin so blöd. Und tunk das in die Hundescheiße. Fünfmal. Eigentlich sechsmal. Aber einmal ist kaputt. Das esse ich natürlich nicht mehr. Aber die müssen das ja wirklich geschmissen haben. Was nur Unverschämtheit ist. So. Ich habe ein bisschen hier klar schiff gemacht. Und ja. Also geil. Was ist jetzt nochmal genau. Der Currywurst Topf. Mit Kartoffeln. Ja. Also da bin ich ja erstmal versorgt. Wieder bis Weihnachten. So. Jetzt hoffe ich mal, dass in dem zweiten Paket nicht auch noch irgendwas ist. Was wieder kaputt ist. Wo machen wir das denn jetzt am besten auf? Was haben wir denn da Feines drin? Wollen wir mal aufstehen. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Jetzt werde ich auch noch mit Alkohol hier versorgt. Drei feinste Flaschen Osborne Sherry. Medium. Also jetzt bin ich aber wirklich platt hier. Also. So einen feinen Geburtstag habe ich schon lange nicht gehabt. Mit so vielen Geschenken. Boah. Also jetzt bin ich platt. Jetzt bin ich sprachlos. Nochmal vielen lieben Dank Micha. Ich werde mich natürlich auch persönlich bei dir nochmal bedanken. Also das ist wirklich. Also hier. Also boah. Den werde ich auch nicht so schnell austrinken. Also in zwei Tagen anstatt in einem. Ja. Also wie gesagt. Currywurst topf. Und hier einen guten Osborne Sherry. Vielen vielen Dank auch fürs Zuschauen. Guckt's überhaupt irgendjemand? Es ist mir egal. Ich feiere jetzt meinen Geburtstag. Mit einem guten Tropfen Sherry. Und werde mir auch einen Currywurst topf genehmigen. Macht's gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut.